ARD Text im Auftrag von Funk Vor dem nächsten Meisterschaftsspiel des Stadtklubs ist für uns genau der richtige Moment, den Ex-FCZ-Verteidiger zu besuchen. Mal schauen, wie er eingerichtet ist, mal schauen, ob er sich überhaupt eingelebt hat und was er so über seinen neuen Arbeitgeber sagt. Und ich glaube, ich sollte da eigentlich richtig sein. Ich gehe mal schauen. Ich fühle mich extrem wohl hier in Luzern. Ich bin super aufgenommen worden und wie man sieht, habe ich mich schon sehr schnell integriert in die Mannschaft. ARD Text im Auftrag von Funk Beim FC Zürich kam ich einfach nicht mehr zum Schutten. Ich war auf der Tribüne und musste für mich selber schauen und auch sportlich sehen, wie es mit mir weitergeht. Ich war noch jung, ich war damals 26, 27 Jahre alt. Dann habe ich gesagt, ich muss vorwärts schauen und der FC Luzern war eine gute Adresse für mich. Darum habe ich die Chance gepackt. Ja, es hat sicher gewisse Parallelen zu Zürich. Es hat auch eine wunderschöne Altstadt hier in Luzern, die mir sehr gut gefällt. Und jedes Mal, wenn ich nach Luzern komme, wenn ich zum Mittagessen gehe, fühle ich mich wohl hier durch uns. Darum kann ich wirklich sagen, ich habe es eigentlich nicht bereut, dass ich jetzt den Wechsel gemacht habe. Es hat viele Sachen, die extrem gleich sind wie in diesen Klubs. Aber eines ist natürlich klar, der FC Luzern ist dem FC Zürich sicher. Mit dem Stadion ist er noch ein bisschen voraus. Mit der Infrastruktur, dass er alles auch im Ort hat. Dass er die erste Mannschaft ist im Stadion und der Fanshop, Sekretariat ist alles auch im Ort. Und das, ich glaube, ist sicher noch ein grosser Unterschied gegenüber dem FC Zürich. Wir wollen natürlich jetzt am Sonntag erstklagen. Wir haben natürlich mit einem Sieg gegen den FC Zürich. In meinen ehemaligen Verein haben wir natürlich eine super Woche, wo wir bis jetzt gestartet haben, wenn wir so abschliessen.